Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin It's a Mysterious und werde euch jetzt ein wenig von dem zeigen, was ich so auf YouTube mache. Viel Spaß dabei! Als erstes wäre erst einmal der Real-Life-Mod zu nennen. Den Mod bin ich gerade dabei zu schreiben und ich zeige euch einfach jede Woche, wenn es genug Neues gibt, wie weit ich gekommen bin. Und der Real-Life-Mod ist ein Mod, der Minecraft im Großen und Ganzen, dem echten Leben, möglichst nahe bringen soll und im Hintergrund sieht man jetzt schon ein paar Screenshots laufen und wem das gefällt oder wer mehr dazu wissen will, der kann sich gerne meine Real-Life-Mod-Playlists ansehen. Als zweites wären dann die Let's Plays zu nennen. Ich mache zum Beispiel Let's Plays zu Assassin's Creed, zu GTA, zu Call of Duty und so weiter und so fort. Die ganzen Spiele, die es halt heutzutage gibt. Und da aller guten Dinge drei sind, mache ich auch noch alles Mögliche, was mit Minecraft zu tun hat, auf Deutsch. Minecraft-Animationen, Tipps und Tricks, wie man Pfeilen baut und so weiter und so fort. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in das, was ich so auf YouTube mache. Und hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ciao!